In diesem Video geht es um die besten Einbaugeschirrspüler. Der Qualitätssieger in unserem Einbaugeschirrspüler-Test geht an den Siemens SN636X01-KE. Dank modernster Sensortechnik und weiterer innovativer Lösungen sparen Speedmatic-Geschirrspüler nicht nur viel Wasser, sondern auch viel Energie. Mit Drücken der VarioSpeed Plus-Taste verkürzt sich die Spülzeit um bis zu 66% Sternchen. Die verkürzte Zeit erscheint sofort in der Restzeitanzeige. Das Alltagsprogramm mit sensationeller Laufzeit. Selbst bei voller Beladung von bis zu 14 Maßgedecken reinigt und trocknet das Programm in nur einer Stunde und ist somit hervorragend für die tagtägliche Beladung und Verschmutzung aller anfallenden Geschirrteile geeignet. Die VarioSchublade ist eine zusätzliche Beladungsebene. Durch ihre spezielle Form bietet sie nicht nur Platz für Besteck, sondern auch für Suppenkellen, Salatbesteck und sogar kleine Geschirrteile, wie zum Beispiel Espressotassen. Der Oberkorb ist mit bis zu drei klappbaren und teilbaren Etageren sowie zwei Klappstacheln bestückt, der Unterkorb mit bis zu vier Klappstacheln. Während des gesamten Spülvorgangs wird ein blauer Punkt auf den Fußboden projiziert. So sehen Sie schon von Weitem, ob das Gerät noch spült oder schon fertig ist. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der Bosch SMW 5 und 20 AX00E. Ein roter Lichtpunkt auf dem Fußboden gibt Ihnen Auskunft darüber, ob Ihr vollintegrierter Geschirrspüler noch läuft oder bereits fertig ist. Wasserverbrauch, Wassertemperatur und Spülzeit werden exakt dem Verschmutzungsgrad des Geschirrs angepasst. Die innovative Active Water Technologie von Bosch maximiert die Effizienz und sorgt für umweltschonend Eres Spülen bei hervorragenden Spülergebnissen. Der Dosierassistent steht für optimale Reinigungsergebnisse und einen leiseren Spülprozess. Die Beladungserkennung erfolgt durch einen Drehzahlsensor, der den Wasserstand erkennt. Befindet sich viel Geschirr in der Maschine, wird entsprechend mehr Wasser für die Benetzung des Geschirrs benötigt und der Wasserspiegel sinkt. Der Aquasensor regelt den Wasserverbrauch abhängig von Art und Stärke der Geschirrverschmutzung, indem er das Spülwasser mit Lichtstrahlen kontrolliert. Das Haus sauber zu halten, kann schwierig sein. Es ruhig zu halten, erscheint bisweilen unmöglich. Der Geschirrspüler mit EcoSilence Drive kombinieren hervorragende Reinigungsergebnisse mit geringer Geräuschentwicklung. Da zu weiches Wasser Glaskorrosion verursacht, messen und regulieren Bosch Geschirrspüler mit Glasschutztechnik kontinuierlich den Härtegrad. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Einbaugeschirrspüler-Test ist der Bosch SMW 4 und 20A X00E. Ein roter Lichtpunkt auf dem Fußboden gibt Ihnen Auskunft darüber, ob Ihr vollintegrierter Geschirrspüler noch läuft oder bereits fertig ist. Wasserverbrauch, Wassertemperatur und Spülzeit werden exakt dem Verschmutzungsgrad des Geschirrs angepasst. Die innovative Active Water Technologie von Bosch maximiert die Effizienz und sorgt für umweltschonend Eres Spülen bei hervorragenden Spülergebnissen. Der Dosierassistent steht für optimale Reinigungsergebnisse und einen leiseren Spülprozess. Die Beladungserkennung erfolgt durch einen Drehzahlsensor, der den Wasserstand erkennt. Befindet sich viel Geschirr in der Maschine, wird entsprechend mehr Wasser für die Benetzung des Geschirrs benötigt und der Wasserspiegel sinkt. Falls Dir das Video gefallen hat und Du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.